Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Plenarsaal des Bayerischen Landtags. Hier ist wieder Frag Fabian. Wie ihr vielleicht schon aus den Medien erfahren habt, gibt es einige gravierende Sicherheitslücken bei Patientendaten. Viele sind ungesichert im Netz, die Sicherheitsmaßnahmen veraltet oder noch gar nicht vorhanden. Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der US-Investigative-Plattform ProPublica ergaben, dass Datensätze von Millionen von Patientinnen und Patienten so jahrelang offen im Internet verfügbar gewesen sind. Uns haben dazu eine ganze Reihe von Fragen erreicht. Stellvertretend greife ich die von Philipp aus Nördling in den Schwaben heraus. Er schreibt mir, was tut nun die Regierung in Bayern für mehr Datenschutz bei Patienten? Ich will nicht, dass meine Daten offen im Netz herumschwirren und missbraucht werden können. Philipp, da gebe ich dir vollkommen recht. Denn Gesundheitsdaten sind mehr als privat. Sie sind sensibel, mithin sogar intim und deshalb unter besonderen Schutz zu stellen. Das Internet ist nun kein Neuland mehr wie Kanzlerin Merkel, man meinte. Daher muss auch mehr für den Datenschutz getan werden, erst recht bei personenbezogenen Daten. Es ist erschütterlich, wenn man beim Deutschen Roten Kreuz in Ostbrandenburg sensible Patienteninformationen und personenbezogene Daten von Rettern, Patienten, sowie von Teilnehmern von Erste-Hilfe-Kursen frei zugänglich im Internet sind, ist ein untragbarer Zustand. Die Lücke beim DRK hat übrigens ein 18-jähriger Hacker gefunden, der den Vorfall dann dem DRK gemeldet hat. Ein strahlendes Beispiel digitaler Zivilcourage. Aber erst auf Druck der Medien beseitigte das DRK diese gewaltige Sicherheitslücke. Was tun wir im Bayerischen Landtag, um solche Daten besser zu schützen, auch vor dem Zugriff von Kriminellen? Wir Freie Wähler setzen uns innerhalb der Koalition und im Übrigen auch gegenüber dem Bund massiv für mehr Datenschutz ein. Konkret warten wir gerade auf Berichte des Bayerischen Landesamtes für Datenschutz und des Landesbeauftragten für Datenschutz. Denn kriminelle Hacker dürfen diese Daten nicht bekommen und sie schon gar nicht missbrauchen, verkaufen oder Bürgerinnen und Bürger damit erpressen. Am wichtigsten ist unser Schutz der sensiblen Patientendaten, die Aufrüstung auf den aktuellen technischen Stand, um eben Hackerangriffe zu vermeiden, sowie die Unterstützung der Ärzte und von allen, die mit diesen Daten arbeiten. Mit uns freien Wählern bleiben Patientendaten sicher. Sicherheit von Bürgern und Bürgerinnen gilt nicht nur draußen, sondern auch im Netz. Wenn ihr auch hier eine Frage habt, dann postet sie unten in den Kommentaren. Und dann geht es vielleicht nächste Woche schon um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian.